Hey, wir sind zurück! Uwe ohne mehr ist back! Und der nächste Song, da geht es im Prinzip um eine Trennung, eine Beziehung, eine Trennung. Und es hat Annie Lennox geschrieben, das Original. Als sie sich von Dave Stewart getrennt hat, oder er sich von ihr getrennt hat, oder wie auch immer die das gemacht haben. Ist ja tatsächlich so. Und war mir auch nie klar, bis ich das dann mal gegoogelt habe. Dass bei Sweet Dreams geht es darum, dass sie ihre Trennung verarbeitet. Genau verstehe ich das nicht, warum sie da diesen Text geschrieben hat, aber so ist es. Hör die Frauen, ja. Du musst aufpassen, das hört alles aufgenommen. Oh, Bär hat wahrscheinlich 50 Ways to Leave Your Love geschrieben. 50 Ways to Leave Your Love. Alright. So, dann werden wir euch ein bisschen wachrütteln. Musik. Visionen sind real. Jeder träumt auf die Sonne. Das ist satt, die Menschen überall. Jeder sucht der Erde ein was. Die einen, die wollen das spüren. Die anderen wollen dich nur berühren. Die einen wollen dich verführen. Die anderen wollen dich nicht verlieren. Die anderen wollen dich nur berühren. Die anderen wollen dich nur berühren. Die anderen wollen dich nicht verlieren. Musik. Das ist n04. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.